Ich war ungehebend nicht geendet, bewusst gebunden im Glauben Gott. Als die Tanken sind gegangen, musste ich gewohnt stehen. Ein paar Jahre habe ich in der Tanken gearbeitet. Ich bin ungehebend nach mir. Hier bin ich gelaufen, der Tanken nach mir. Wir waren in ganzem Lächer. Aber mich hat nicht getroffen. In den Eisen, in den Kitzel. Ich bin in der Hochschule. Ich bin speziell in der Kommandierung. Aber wir haben mich nicht gekonnt. Wir waren in der Front. Ich habe gesehen, dass es ein Ende ist. Ich habe geworfen und sagte, ich habe mir eine Waffe auf der Erde. Und er wurde begaget. Er hat geblieben stehen. Ich verstehe nicht. Ich wusste, dass er geblieben ist, dass er verhindert. Ihm gewählt hat. Däntnis ist gequetscht. Die Tanken sollten gequetscht, das ist immer noch nicht. Und hier bleibst stehen. Und die Töge sahne ihm vor. Und die Polen bin ich packt.